geht mit dem zyborg heftig alter das ist genau bei mir vorbei genau bei mir vorbeigelaufen ich habe ich weg und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem youtube kanal hier ist natürlich wieder euer memento mori wie ihr seht mit destiny pvp und diesmal den kevin wieder dabei hallo ja hallo hallo hier oben sie den den kein ohrhasen und ich würde sagen wir starten jetzt einfach das pvp werden circa zwei runden sein und ja wer weiß wie wir uns anstellen naja also man weiß ja nie ob man einen lauf hat oder nicht nur immer sehr 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 schlecht was hast du schlecht nein ich werde schlecht sein so die letzten runden ja ich bin auch ziemlich schlecht kann ich wenn jemand zuguckt ja ja dass das sagen sie immer ja es ist kann es sein dass ich etwas schlecht bin muss aber nicht sein man muss nicht sein wir fehlen auch also ich zeige es der netten community mal also mir fehlt hier einiges im skill baum mehr als die hälfte das heißt das wirkt sich natürlich auch auf das spielverhalten etwas aus da kann mir jeder erzählen was er will nicht zum beispiel meinen kurz teleport habe oder sonst irgendwas verschwinden stealth und den ganzen mist spielt sich mein hand am einiges besser wieso hast du so ein schönes raumschiff und ich nicht wie gesagt die limited edition jaja limited du mich auch es war so ich habe ein blaues das habe ich mir ehrenvoll verdient ja ich auch aber ich habe es mir ehrenvoller ich habe ich habe circa 50 euro mehr gezahlt oder 40 vtf für was für ein paar waffen und ein raumschiff waffen seasons pass dies dass okay sie sind fast da lass ich mir noch einreden aber wenn es nur dass das oder die da unten haben nicht coole raumschiffe dem sie gehören zu unserem team ja das heißt diesen gut ich hoffe also wir spielen glaube ich was spielen wir denken konflikt ja ja sechs gegen sechs gemütlich wir können auch teamwork versuchen zu zweit zum mindest zu zweit teamwerk weißt du was man ja so richtig mal da ich glaube mein fernseher ist nicht zu laut wer holt mich da und den ersten tot rette mich gott ziemliche probleme ich habe meinen ersten meine erste fusionsladung verschossen das war bitte jetzt einfach mal die schrotflinte recht bringt sowas wiii one hit ich bin unsichtbar ok vielleicht doch nicht jetzt bin ich unsichtbar schrotflinte ist gut und her sie uns war vielleicht besser kann gut sein hey ach fuck oh oh ungezündet ich sterbe gleich Hey, das war meiner. Mir hat den wer weggenommen. Oh, ich treffe echt nicht. Ja, ich tue mir auch Spaß. Ja, also ich versuch's gerade mit dem Revolver, was? Kann das sein, dass ich... Meine Waffen sind in der Story ganz gut, aber so sind sie viel zu ungenau. Oh, es ist... Das war deiner, also ich hab gar nichts getroffen jetzt. Ja, aber ich war verstorrt. Schwere Munition. Die will ich an. Ich brauch Munition für die Schrotflinte. Das kann echt nicht wahr sein. Was? Der leckte hier rum? Ah, schwere Munition, vielleicht erwische ich sie. Ich treff kein bisschen. Das war meiner, das war meiner, das war meiner. Das war meiner. Oha. Boah. Nee, ich bin heute nicht gut. Na, ich auch nicht. Aber das braucht ja keiner wissen. Ja, ich zieh mal eh nicht, also. Sicher, wenn ich dir nachlaufe. Was zum Teufel. Was denn? Da waren einfach drei Gegner. Ich hab schon assistiert. Da schrutt für Munition. Lass mich da hin. Sehr gut. Durchladen. Und weiter. Na, Mist, Mist, Mist. Der läuft aus jetzt. Ah, ein Assist bekommen. Das war knapp jetzt. Ja, ich will nur anmerken, dass ich noch... Mein Talentbaum noch nicht voll ist, ne? Mach, ich treffe einfach nicht mit der scheiß Fusionswaffe. Ich weiß, was mir auch negativ aufgefallen ist. Dass, wenn du auf den Gegner schießt, dass das viel später erst ankommt. Das Feedback quasi, dass du ihn getroffen hast. Es geht, ja. Es gibt Spiele, was schlimm ist, aber es ist schon vorhanden. Ja, es ist teilweise wirklich schlimm. Hehehe. Wer holt mich denn da? Hehehe. Super bereit. Das meine, was? Level 27. Kann sich porten. Ja, aber ich glaube, mit dem Revolver bin ich wirklich hier eine arme Sau. Ich stelle jetzt das kurz um. Ja, Revolver ist nicht optimal. Jetzt habe ich eine Einladung erhalten für Destiny. Ne, das geht jetzt nicht. Du spielst mit mir. Ja. Sehe ich auch so. Mir egal. Wer dich einlädt. So, liebe Leute, hier ist der LHW. Dem gleich einer, okay, doch nicht im Kopf springt. Na, wo sind die welche? Ich schleich mich an. Oh, nein. Schade. Wo, wo sind die jetzt welche? Mitte. Aber mittig. Geh, komm, das ist... Schroffel-Munition. Ja, die sammle ich. Die sammle ich auch. Das war meiner, den habe ich fast weggeschnitzelt. Hehehe. So. Komm, lade dich schneller auf, Schätzchen. Ja, definitiv. Noch fünf Minuten. So, unsichtbar gemacht. Und, tschüss. Nee. Geh, komm, das gibt's doch nicht. Der hat eine Granate oben. Okay. Nein, mir ist es jetzt egal. Ich habe wenigstens die richtige Waffe für PvP. Schick sie heulend nach Hause. Du bist einfach... Du bist einfach... Okay. Gearscht. Na, nimm's doch mit. Nein. Okay. Einen habe ich umgebracht mit meinem Super, na toll. Ich treffe meistens auch nur einen. Na, ich hätte mehr, aber ich habe keine Energie mehr gehabt. Oder zu wenig, sag mal so. Das stimmt, du bist schon nicht froh. Ähm, Jäger. Ha, der ist runtergesprungen. War trotzdem mein Kill. Gewonnen. Oh. Was hat das? Eine Granate. Jawoll. Gewonnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, definitiv habe ich jetzt die bessere Waffe, ne. Also, es... Der Revolver ist zwar gut, aber wenn es mit so einem Low-Level-Revolver hier heroben ehrst, das ist einfach... Ja, zu wenig. Oh, okay. Ich bin zufrieden. Ha, ein Helm. Nice. Ein Helm. Stimmt. Ich habe immer... Ein Oberkörper bekommen. Ja, aber es kann sein, dass ich... Also, ich habe letztens ein Legendary bekommen. Am Schienen. Ich habe noch nichts Legendäres bekommen. Ich schon. Weißt du für was? Warlock. Hahaha. Warlock. Ich habe mich natürlich ziemlich gefreut über Warlock-Handschiene. Legendary. Aber egal. Ja, wir schieben jetzt noch eine Runde nach und dann im nächsten Let's Play sehen wir höchstwahrscheinlich Kontrolle oder so. Wir versuchen das Ganze etwas... Ja, etwas abzustimmen, ne? Ich würde gerne Stärke haben. So, Stärke. Indien, Disziplin, Licht, Licht plus 8. Ich will, glaube ich, nur Intelligenz oder beziehungsweise Disziplin. Also da, wo sich quasi die Dings schnell auflädt, ne? Der Elite. Intellektorisch. So, wieder mit Lauter, ja, okay. Hm, diesen Helm. Sieht der aus? Das blöde ist, ich habe jetzt ein MG quasi, also ein Automatikgewehr mit ziemlich viel Feuerrad, aber wenig Schaden. Äh, ich glaube, meins macht auch nicht so viel Schaden. Ich meine, es ist cool, weißt du, ich kann ziemlich viel daneben versemmeln und treffe trotzdem, ne? Aber... Deswegen nehme ich nur Automatikgewehre. Jaja, aber mit dem Revolver, ich weiß nicht. Er muss so präziser sein. Ich mag ihn irgendwie, ja. Also für das PvE ist er perfekt, ne? Ja. So ein Ritter, zwei Kopfschüsse weg oder so, ne? Am PC spiele ich auch gern mit Revolvern und so, da bin ich präziser. Also in der Konsole. Mhm. Aber in der Konsole geht das nicht mehr. Jo, es geht also. Ich hätte schon probiert, im Blickwinkel etwas umzustellen, aber das kannst du vergessen. Ach ja, es gibt auch eine, äh, overpowered Waffe, ne? Ja, eine, aber ich habe mich da nicht informiert. Konflikt. Konflikt. Bravo Team. Bravo Team. Jetzt machen sie weg. Machen sie weg. Angreifen und alle Ziele eliminieren. Alle Ziele eliminieren. Alle Ziele eliminieren. Das ist eine Ansage. Ich glaube, gleich kommen wir wieder bei mir in das Zimmer. Wieso lassen die mich nicht in Ruhe? Oh, 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 oh. Ha, ich habe den weggemacht. Ah, leider. Ne, halt. Ich habe nicht weggemacht. Na, komm. Ja, rein theoretisch besteht mein Bild in dem, dass ich quasi die ganze Zeit camp und mein Super aufladen, ne? Ja, das kann man aufmachen. Oh, du bist Erster. Mist. Wirklich? Ja. Ja, aktuell schon. Na, siehst du. Hat er etwas Glück? Über pro. Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Hey, das... Ach, der hatte Glück hier. Die spielen aber auch zusammen, ne? Aua, aua, aua. Ich hau'n. Die kennen Teamwerk und so, ne? Nichts so wie wir. Ich such dich gleich mal. Aber ich nehme die andere Waffe. Und zwar die hier. Haha, siehst nur. Ich habe im Magazin in den Kopf geschossen. Oh, ich bin bei dir. Kommt schon. Aua, unten an der Tür. Ah, Mist. Rechts neben der Tür ist einer fast tot. Kommt auch einer rein? Ja, ich bin schon ins Ersteuer gestorben. Leider, leider. Ich bin noch zu ihm hingesprungen und habe ihm quasi eine in die Fresse gegeben. Sowas von gefistet. Geil. Ich glaube, ich bleib bei Automatikgewehr. Uiuiui, da sind ganz viele Leute drin. Ein Assist. Nice. Bist du, Deppart. Hey, wenn irgendwer so die Overpowered-Waffe hat, dann fress ich einen Besen, ne? Dann dreh ich durch. Hä, wie kommen die hinter uns? Ja, ich wollte gerade sagen, die laufen da hinter euch rauf, ne? Schön. Okay, komm. Die meisten spielen auch immer Titan, ne? Hm, ja. Das kann sein. Ach, der da nicht so war. Schwere Munition kommt. Gespawnt und genau neben den Gegner. Boah, war ich fast tot. Du hast schwere Munition. Oh, das hat zum Glück niemand gesehen. Okay, da hat er sein Super. Ah, wenigstens eins zu eins. Ja, wenn er ein Super hatte, muss der Fersengeld geben, ne? Ja, ich habe das zu spät erkannt. Und dann habe ich nur... Oh, komm. Wieso bin ich nur heute so schlecht? Oh, flammt raus. Ah, komm. Mist. Ja, ich brauche das Porten auch unbedingt. Das hilft nichts. Hey, ich bin da immer auf meinen blöden Doppelsprung da fixiert. Ja, ich bin auch kurz vorm Porten. Also kurz Teleplaus. Ja, dann wird es dir wahrscheinlich Spaß machen, ne? Ich weiß es noch nicht. Doch, vertrau mir. Könnte alles sein. Alter, komm. Der hat die Bubble. Ja, das ist unschön. Aber ich bin Erster. Ich will nicht anheben, aber ich bin Erster. Und ich kann nicht respawnen. Oha, ich hauen. Okay, das war jetzt ein kleiner Bug bei mir. Ich konnte nicht respawnen und musste quasi die Kamera kurz wechseln. Oha, assist, wow. Da habe ich dich unterstützt. Wunsch. Ja, wenigstens was. Der steht da drinnen bei mir. Gleich um die Ecke. Ja, den habe ich. Leider gestorben. Macht nichts, aber du hast mir den Weg freigeräumt. Das ist schon mal positiv. Du marsch da alle weg. Einmal. Hey. Schrotzflinte hat schon Vorteile, wenn du richtig triffst. Ein Schlag weg. Ja, aber auch nur auf Distanz, ne? Ja. Mist. Ey, ich, ich versuche immer zu rushen, ne? Das ist vielleicht mein Problem. Voll rushen. Ja, wir könnten eigentlich nachher etwas PVE machen. Können wir auch noch kurz, ne? Genau, aufnehmen wir auch so. Geht mit dem Zyb ab. Heftig. Alter, der ist jetzt genau bei mir vorbei. Genau bei mir vorbeigelaufen. Ich hau mich weg. Mist. Schwere Munition. Schwere Munition. Schwere Munition. Verfügbar. Die sollten wir sie mal holen, ne? Also mein Raketenwerfer, der lächstförmig. Danach, ne? Ich wollte es holen und dann sind zwei Gegner durch die Tür gekommen. Drei. Hui, nett. Boah. Fuck, 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 fuck. Unsichtbar. So. Das Unsichtbar ist cool für Recovern oder so, ne? Also wenn du jetzt irgendwie Heilung brauchst. Die anderen sehen dich so, aber das ist ja... Aua. Probeetl, ne? So. Ja, er stirbt wenigstens, tut Dreck. Was? Alter. Der hat mir eine Granate abgewehrt. Okay. Wie das funktioniert, fress keiner. Wo bist du denn hin? Ah, da oben. Da rein. Pass auf. Ich komm da nicht rein. Okay, das ist... Oh, der sitzt da rechts, äh, links in der Ecke. Ja. Hey, das... Hier geht's zu wie im Krieg, ne? Das ist ein Witz. Du hast mich tausendmal belohnt. Bist du auch so Schlager-Fan? Ne, nicht wirklich. Wieso nicht? Ne, ich find's nicht so toll. Wieso nicht? Weiß es nicht. Wenn die Musi spielt. Ich bin da so überhaupt kein Fan davon. Vielleicht kommt's ja noch im Alter. Geschossen auf mich. Ja, macht es Spaß, Leute. Oder? Wiedergewonnen. Und ich diesen... Ne, was? Wir haben verloren, oder? Na, ich sag mal, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Okay. Okay, wir haben gewonnen. Wo bin ich? Zweiter. Hey, wir waren auch einer weniger, ne? Oh, ich hab mal Revolver bekommen. Wow. Und eine Waffe. Okay, ja, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich freuen. Euer Memento Marie. Ciao, ciao.